Bulli, der Eishockey-Podcast. Bulli, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu einer neuen Episode, zu einem neuen Special. Deutschland Cup Tag 2 für Bulli. Wieder mit Stefan zusammen. Hallo, hallo. Hallo. Ja, wir wollen auf die Spiele heute zurückblicken und auf das, was wir so gesehen haben. Und es ging heute für uns schon sehr früh los, nämlich um 11 Uhr mit Österreich gegen Dänemark. Schon mal eine ganz, ganz komische Uhrzeit, um Eishockey zu gucken, oder? Ja, war schon irgendwie surreal. Also, nachdem es ja gestern mit Podcast aufnehmen und Videos schneiden und so, doch fast ein Uhr wurde. Und bis wir dann ins Bett kamen, noch später. Sag mal so, wenn ich auf die Uhr schaue, ich glaube, heute wird es nicht früher. Nein, ich glaube auch eher nicht. Aber dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen länger schlafen können. Aber kurz mal kleiner Spoiler für Dache dann. Das hat natürlich auch einen Grund, warum wir so spät noch aufnehmen, wenn wir euch dann bei Spiel 3 sagen. Weil wir wollten eigentlich schon viel früher fertig sein. Sorry. Ja, und dann haben wir einfach gefrühstückt und vom Frühstück eigentlich direkt in die Halle. Das war schon sehr komisch. Das war irgendwie komisch, aber es war irgendwie auch schön. Ich war irgendwie, ich war zwar wach, aber irgendwie noch nicht so richtig im Eishockey-Modus. Ging es dir ähnlich? Ja, also ich war dann, heute früh habe ich mich schon gefreut, so jetzt im Laufe des Tages, muss ich jetzt sagen. Gerade jetzt nach den Damen, das war einfach nochmal so ein Highlight und da ging die Kurve dann schon runter. Also ich habe mich auf die Männer gefreut, aber das war jetzt dann das vierte Spiel. Und man überlegt sich ja dann Fragen für die Interviews nach dem Spiel und überlegt sich erstmal, welche Spiele man haben will. Und es ist halt nicht einfach nur da sitzen und zuschauen. Man möchte dann auch irgendwie das Spiel ein bisschen analysieren, dass man auch ein paar nette Fragen stellen kann. Und da war dann schon die Kurve so, und dann gab es ja eben ein paar Wartezeiten, wie du schon ein bisschen angesprochen hast. Ja, da ging die Motivation dann ein bisschen runter, muss ich zugeben. Das ist halt Arbeit für den Podcast, ne? Absolut. Und gehört einfach auch dazu. Genau, gehört dazu. Wir gucken jetzt, wie gesagt, schnell auf das Spiel Österreich gegen Dänemark. Ich habe nicht so ganz gewusst, was ich von dem Spiel erwarten soll. Bei Kinofilmen ist es meistens gut, wenn man einfach reingeht, ohne irgendwas zu erwarten. Fand ich bei dem Spiel eigentlich auch, denn es war schnell und es war überraschend hart. Ja, dass Österreich hart spielen kann, das wissen wir. Das habe ich soweit erwartet. Aber wie du sagst, richtig, es war gute Geschwindigkeit drin, viel Skill, viele junge Spieler. Gregor Biber, Vincent Rohrer war noch dabei. Das sind zwei unheimlich interessante junge Spieler. Also gerade Gregor Biber, er ist 18 Jahre alt, spielt in der ersten schwedischen Liga in Rögle. Ja, wir haben uns währenddessen auch mal so die Stats auch so generell angeschaut von einigen Spielern. Das ist schon der interessante Wider, die die in den jungen Jahren schon haben. Ja, ja, Vincent Rohrer hat mir sehr gut gefallen. Wahnsinnig viel Speed, 20 Jahre alt, von den ZSC Lions. Würde mich nicht wundern, wenn der nach dieser Saison vielleicht mal in Übersee was versucht. Wer mir aber auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, war in der Abwehr, ein Abwehrspieler, der Philipp Wimmer von ECR Zubull Salzburg. Der ist auch etwas über 20, ich glaube 22 Jahre alt. Und der hat da heute echt gut hinten aufgeräumt, war unheimlich stabil in den Zweitkämpfen und ist ganz selten als Verlierer mit dem Puck rausgegangen. 3 zu 2 dann für Österreich, deiner Meinung nach verdient? Ja, absolut. Also hätte auch mehr sein können. Es war ein Shorthander dabei, er war hübsch anzuschauen und auch da... Schön zusammengespielt. Ja, genau. Aber auch wieder ein junger Spieler, Lukas Thaler. Ein Tor, eine Vorlage. Der hat auch die Vorlage zum sehr schönen 1 zu 0 von Ali Vukovic geliefert. Also rundum ein super Spiel, also das weitaus attraktivere Männerspiel heute. Ja, absolut. Das können wir schon mal vorweg schicken. Und ja, zu einer interessanten Analyse gehört natürlich auch ein interessantes Interview. Und das hast du geführt mit Ali Vukovic. Du hast ja schon gesagt, Torschütze zum 1 zu 0. Wir hören jetzt direkt in das Interview rein und dann sagen wir dann noch ein bisschen was dazu. Ja, 1 vorab. Wahnsinnskerl. Absolut. So locker, so sympathisch. Also selten. Ihn kannte ich jetzt mal nicht. Mhm. Und aber ich habe mich sofort gefühlt, als wir uns ewig kennen und der hat einfach so eine unheimliche Positivität ausgestrahlt. Ja. Toll. Genau. Deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Interview und dann reden wir nochmal drüber. Wir sind hier nach dem Spiel Dänemark gegen Österreich mit Ali Vukovic. Und wie war dein Eindruck vom Spiel erstmal? Ja, sehr physisch. Sehr viele Strafen. Ein bisschen zerrupft. Aber im Großen und Ganzen haben wir sehr viele Scheiben aufs Tor gebracht und haben uns damit in Sieg gearbeitet. Läuferisch auch ein gutes Spiel hatten wir einen Eindruck. War auch dein Eindruck? Ja, ich glaube die Burschen waren heute auf jeden Fall auch spritziger drauf als gegen die Slowakei. Ja, und im Großen und Ganzen haben wir eine starke Performance hingelegt und sehr viel Energie aufs Eis gebracht. Jetzt bist du mit 28, wenn ich richtig liege, schon einer der Ältesten jetzt hier im Team. Da sind einige Junge dabei. Wie fühlt sich das so an, wenn man da auf einmal dabei ist? Ja, man glaubt sich, die Zeit vergeht so schnell. Ja, ich fühle mich noch richtig jung. Von dem her ist es nur eine Zahl, das Alter. Aber es ist natürlich auch eine andere Rolle, die man dann in dem Alter übernimmt, in der Mannschaft. Und es macht Spaß. Und ja, es kommt einfach mehr Verantwortung mit her und die übernehmen wir alle gerne. Ja, und mit dem A zeichnet ja schon aus, dass ein bisschen Erfahrung dahinter ist. Ist natürlich immer eine Ehre fürs Vaterland oder Mutterland, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da kommen wir immer gerne. Es ist auch ein super Niveau, international zu spielen. Es ist eine super Challenge jedes Mal. Und es macht Spaß, auch die Gesichter zu sehen, wieder von den ganzen anderen Vereinen. Und ja, es ist einfach jedes Mal wieder was Schöne. Ein schönes Freirurg. Jetzt verglichen mit der CAL, wo du ja mit Salzburg aktiv bist. Vom Niveau her ähnlich oder drunter, drüber ein bisschen? Was schätzt du ein? Ja, das kann man auf jeden Fall vergleichen. Hier vielleicht ein bisschen ein anderes Eishockey, weil das Eis schon wesentlich kleiner wirkt, als wenn man jetzt zum Beispiel in Schweden spielt. Aber vom Tempo, vom Skill her würde ich das auf jeden Fall damit vergleichen, ja. Okay, interessant, ja. Was erwartest du jetzt vom Deutschlandspiel? Ja, wieder ein sehr physisches Spiel, ein schnelles Spiel. Und ja, vielleicht jetzt ums Finale mal schauen. Es wäre auf jeden Fall ein super Spiel, ein super Abschluss und eine super Atmosphäre da in Deutschland. Das wird eine super Herausforderung für uns. Ja, ich wollte gerade sagen, die österreichischen Fans waren jetzt auch lautstark und haben gut unterstützt. Wie findest du die Rahmenbedingungen hier beim Turnier insgesamt? Sehr, sehr gut. Also die Halle ist wunderschön, sehr schön hergerichtet. Wir fühlen uns wohl, haben auch ein super Hotel. Bis jetzt hat alles reibungslos funktioniert. Also eigentlich alles eins auch. Super, vielen Dank dir. Danke, jedenfalls. Ja, ich habe gesagt nach dem Interview zu dir, wie sympathisch kann jemand sein? Ja, das ist richtig. Ich hoffe, das kam auch genauso rüber. Im Übrigen, falls ihr das Interview sehen wollt, es wird zeitnah auch auf unseren Socials veröffentlicht, sowohl auf Instagram als auch TikTok als auch auf YouTube. Also falls es jetzt noch nicht hochgeladen ist, wartet da noch ein bisschen. Wir sind da dran. Aber ihr habt es ja jetzt schon mal gehört. Aber ich glaube, bei dem Interview kam der Eindruck auch schon als Audio sehr gut rüber. Ja, wir standen da im Kabinengang, wurden erstmal ein paar Schneeschaufeln weggeräumt, weil die vor der Werbewand waren. Und wenn du Video aufnimmst, soll ja natürlich auch die Werbepartner zu Recht drauf sein. Genau. Nur vielleicht sagen, es waren wir bei diesem einen Eingang rechts von der Kurve, also von der Deutschlandkurve, kann man sagen, wo die deutschen Fans waren auch, da waren wir und haben das Interview geführt. Genau, wo auch die deutsche Männermannschaft untergebracht hat. Genau, genau, genau. Aber dein Eindruck, du hast es ja schon gesagt, super Typ, ne? Ja, absolut. Ich kenne ihn spielerisch jetzt schon länger und ich habe ihn einmal kurz in Salzburg getroffen. Daran wird er sich aber sicher nicht mehr erinnert haben. Da habe ich mir schon gedacht, der ist cool drauf. Und ich glaube, das ist so ein Typ zum Pferdestehlen. Also dem sagst du, wenn du mit dem befreundet bist, den rufst du um 22.30 Uhr abends an und sagst, auf geht's, pack deine Sachen, geh mal Bier trinken, ist er sofort dabei. Ja, also kam auch genauso rüber, super sympathisch. Ja, und dann hatten wir ein bisschen Pause und dann ging es zum Spiel Deutschland gegen Ungarn, die deutschen Frauen. Und ja, was soll man dazu sagen? Also wir haben nochmal so die Drittel ein bisschen geguckt, statistisch alles schön aufgeteilt, in jedem Drittel ein Tor. Deine Eindrücke vom Spiel? Also tatsächlich fand ich es vom Spiel her relativ ähnlich wie Österreich vorher. Sie waren sehr dominant, sie haben am Körper gut gespielt, sie waren schneller und hatten das Spiel eigentlich von vorn bis hinten, ersten zwei Drittel voll im Griff. Da hat man echt kein Gefühl, da am zweiten Drittel, wie du sagst, stand es 2-0. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie das Spiel irgendwann irgendwie verlieren könnten durch irgendeine komische Sache oder warum auch Leistungsabfall oder so. Ja, aber wir haben es auch da schon gesagt, es sind jetzt wie so Eishockeyflossel, so 2-0 ist halt schon ein gefährliches Ergebnis, Anschlusstreffen, dann wird es wieder knapp und ja, was ist geschehen? Ja, ich hatte das Gefühl, also nicht so klassisch, wir haben danach mit, wenn ich es schon sagen darf, Sandra Abstreiter geredet. Sie hat nicht ganz in so Verwaltungsmodus, habe ich es genannt, gesehen. Es war nicht der klassische, also dass man irgendwie nur noch hinten drin steht. Sie hatten trotzdem noch ihre Chancen und haben immer wieder gezeigt, dass sie gefährlich waren, aber man hat einfach gesehen, dass sie nicht mehr mit letzter Konsequenz nach vorne gegangen sind. Ja, und ja, und dann kommt es, wie es kommen muss. Das ist halt immer irgendwie im Eishockey ganz schnell mal der Fall. Dann kamen ein paar Lucky Bounces vom Puck und dann kam eine ganz schöne Kombination und auf einmal ist das Ding drin. Und da konnte die Sandy dann auch nichts mehr machen, die heute für mich der Fels in der Brandung war. Absolut. Also sehr imponierend, auch die Ruhe, die sie hat, auch mit ihrem kleinen Fauxpas, der im Interview rauskommt und sie auch äußerst sympathisch kommentiert. Und ja, also generell aufgefallen sind mir vor allem, also als erstes natürlich die Nikola Hadraschek-Eisenschmid als Topscorerin, das hast du ja auch von Anfang an gesagt, auf die müssen wir ein Auge haben. Ja, da hattest du absolut recht. In der Abwehr, die Charlotte Schaffrath war richtig gut. Jule Schiefer fand ich auch cool. Also generell, ich glaube, groß rausheben braucht man jetzt nicht wirklich jemanden, aber ich finde die Katharina Hackelsmiller richtig cool. Also die ist nicht die Größte, giftig, schnell, brutal stabil und auch immer mal wieder hier und da ein kleiner Klopf auf dem Schlittschuh oder so. Ja. Mag ich. Also ja und war auch in vielen Situationen einfach der Dreh- und Angelpunkt. Also die drei, vier würde ich wirklich als die Führungsfiguren rausgeben. Gestern Feldmayer und Kluge waren sehr auffällig. Ich fand die beiden heute nicht so auffällig, aber dafür haben andere übernommen. Ja. Und das zeichnet ja eine starke Mannschaft aus. Absolut. Also ja, ich würde noch gern Charlotte Schaffrath auch herausheben. Hat mir im ersten Spiel, das wir gesehen haben, schon sehr gut gefallen. Abwehrspielerin, die einfach mit so einer Souveränität hinten spielt. Ob es jetzt in der Defensive ist oder auch diesen eröffnenden Pass spielt. Oder an der blauen Ebene. Wird wahnsinnig gut. Also wirklich toll. Mit 18 Jahren. Ja, 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 genau. Also ich glaube da, die Jungen, da kommt einiges nach. Da können wir in Zukunft einiges erwarten. Dann geht es, glaube ich, die Olympia-Qualifikation nicht so schwierig. Genau. Ja, du hast schon gespoilert. Jetzt hört ihr ein Interview mit Sandra Abstreiter, die wir gestern ja schon begrüßen wollten zum Interview. Und heute hat es geklappt. Viel Spaß. So, hallo Sandra Abstreiter. Herzlichen Glückwunsch zum Deutschlandcup-Sieg. Hi, ja, danke. Danke auf jeden Fall. Ja, es war ein super Spiel heute. Wir fangen aber erstmal an mit der letzten Saison in der PWHL. Wir hatten nicht im Januar das Vergnügen, im Podcast zu haben. Und danach ging ja die Saison dann richtig rund. Wie war es denn für dich? Die letzte Saison war wirklich insgesamt, die ganze Saison ein komplettes Highlight für mich, würde ich sagen. Also das erste Jahr in der PWHL mit so vielen von den Heimspielen fast ausverkauft. Vor allem das allererste Heimspiel, das war ein unglaubliches Gefühl für mich mit wirklich so vielen Fans und kleinen Kindern in den Zuschauerrängen, die einen da angefeuert haben. Sogar beim Wormer waren die schon alle da. Also das war wirklich ein unglaubliches Highlight. Und dann natürlich gegen Ende der Saison dann unsere gute, relativ erfolgreiche WM, würde ich sagen. Das war natürlich auch nochmal ein Highlight. Ja, dieses Jahr geht es wieder nach Ottawa oder wie sind die Pläne? Nach Ottawa gehe ich nicht zurück tatsächlich. Ich habe meinen Vertrag dort nicht verlängert. Ich habe mich gegen Ende der Saison dann entschieden, in die Free Agency zu gehen. Das bedeutet, dass ich sozusagen auf dem freien Markt war, jeder hätte mich nehmen können. Und letztendlich hat sich dann Montreal dafür entschieden, dass sie mich zu ihrem Camp einladen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal nach Montreal zum Camp. Ja, sehr schön. Das ist ja auch eine Stadt, die Eishockey-verrückt ist und eine wirkliche Eishockey-Lechts. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Deutschlandcup jetzt. So im Vergleich zur PWHL-Weltmeisterschaft. Wir haben gestern von der Carina Strobl gehört. Es ist schon deutlich über der DFEL. Hier das Niveau. Wie siehst du das Ganze vielleicht zur PWHL-Weltmeisterschaft eingeordnet? Also ich würde mal sagen, die PWHL im Vergleich zur WM finde ich sehr auf gleichem Niveau. Aber da ist es dann komplett egal, gegen wen man spielt, weil wirklich bei der WM jeder auf Top-Leistung ist und auf Top-Leistung spielt. Und ich finde, in der PWHL waren wirklich die Trainings und die Spiele halt auf komplett gutem Niveau. Also so würde ich es zumindest mal vergleichen, dass es halt so das Niveau von der WM war. Aber hier natürlich die drei Mannschaften, die haben alle ihr Bestes gegeben. Ich finde, es war ein sehr ausgeglichenes Turnier. Es sind ja auch die Ergebnisse ganz unterschiedlich ausgefallen. Ich finde, es war ein perfektes Turnier für uns als Nationalmannschaft. Natürlich sehr positiv, mit dem Sieg rauszugehen und mit dem Selbstvertrauen jetzt halt auch weiterzugehen. Aber auf jeden Fall vom Niveau her fand ich das wirklich drei Top-Spiele. Ja, zum Turnier. Also im ersten Drittel war mal eine kurze Schocksekunde hinter dem Tor, wo der Punkt durchgerutscht ist. Wie ist das da für dich? Du hast jetzt auch ein bisschen Erfahrung. Bleibt dann auch das Herz stehen? Ich habe dich kurz den Kopf schütteln sehen oder hakt man das sofort ab? Also in dem Moment, wo dann danach nichts mehr passiert ist, hake ich das dann sofort ab. Kurzzeitig denke ich mich so, oh Gott, was ist jetzt passiert? Aber eigentlich dann Nachricht im Nachhinein darüber. Und ich habe dann auch mit der Karina Strobl in der dritten Pause drüber nochmal geredet. Und wir haben beide gesagt, naja, letztendlich ist ja nichts passiert, also so schlimm ist es dann auch nicht. Ja, und jeder macht Fehler, glaube ich. Also das ist kein Problem. Du bist eine relativ große Torhüterin und ich würde so deine Stärken auch gerade in der Ruhe der Bewegungen sehen. Du bist sehr klar von den lateralen Bewegungen her. Würdest du sagen, das ist eine Stärke von dir oder gibt es etwas, was du besser findest selber? Nee, also ich fokussiere mich sehr darauf, dass ich halt versuche, die Ruhe allein auch auszustrahlen, dass wirklich die Mannschaft das um mich herum halt sieht. Tatsächlich mache ich das relativ unbewusst, aber so ist halt einfach für mich selber mein Spielstil, dass ich mir halt dann nicht selber einen Kopf mache und mich selber verrückt mache. Und ich versuche da einfach, mein Spiel zu spielen, so wie ich das kenne und wie ich das kann und trainiert habe. Und genau so spiegelt sich das dann halt wieder. Ja, die ersten zwei Drittel habt ihr unserer Meinung nach dominiert. Also ihr wart körperlich besser, ihr wart schneller. Das Zusammenspiel war wirklich sehr schön anzuschauen. Im letzten Drittel wurde es nochmal eng. Habt ihr da vielleicht zu früh ein bisschen in Verwaltung geschalten? Würde ich tatsächlich nicht sagen. Also wir haben ja auch ein bisschen die Reihen, glaube ich, umgestellt oder verkürzt. Also da geht man nie auf eine Selbstverständlichkeit ein eigentlich. Also es war 2-0 und 2-0 kann sich innerhalb von der Minute ändern. Das ist gefährliche Führung. Genau, auf jeden Fall. Und also deswegen finde ich, da würde ich das nicht dem zumuten, sondern eher, dass die Ungarn halt nochmal richtig Druck gemacht haben, weil die halt bis zum Schluss nicht aufgeben. Und das finde ich, also das ist auch so ein bisschen das Spiel von denen. Das ist denen relativ egal, ob die 2-0, 3-0 hinten sind. Die geben halt wirklich nicht auf und kämpfen sich nochmal vor. Und ich glaube, das ist halt eher passiert. Ja, das haben die Slowaken gestern auch gespürt im letzten Drittel. Ja, jetzt geht es eben wieder rüber. Wie ist es beim Spielplan? Erlaubt es vielleicht, dass du in Bremerhaven zur Olympia-Qualifikation spielen kannst? Ja, also auf jeden Fall ist es natürlich für mich der wichtigste Punkt diese Saison. Natürlich gibt es dann auch noch die WM, aber jetzt erstmal ist das Allerwichtigste für uns die Nationalmannschaft und die Olympia-Quali. Und soweit ich weiß, müsste auch der Spielplan da pausieren. Also die haben da auf jeden Fall eine Pause eingelegt. Und deswegen ist da gar keine Frage, dass ich dabei bin. Sehr schön. In der Kabine jetzt nach dem Spiel war Heiterkeit und eine gute Stimmung, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben da alle gefeiert zu Musik und mit dem Pokal. Und die Trainer sind reingekommen, haben mit gefeiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht im Moment, aber ich glaube, dass da immer noch gute Stimmung herrscht. Sehr gut. Die Lisa Hämmerle hat ja gestern gespielt, hat unserer Meinung nach auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie ist so die Beziehung unter euch zwei? Versteht ihr euch gut? Ja, auf jeden Fall. Also ich immer, vor allem bei der Powerbreak zum Beispiel, gehe ich auch zur Bande. Und ich finde es dann immer ganz lustig, weil die Lisa immer gut für den Witz ist. Das hält das Ganze dann auch immer ein bisschen locker. Also ich finde das ganz cool, so das Verhältnis, dass sie halt das wirklich alles locker hält. Und ich versuche das Gleiche für sie natürlich auch. Und so finde ich das dann eigentlich ganz gut. Ja, sie ist ja eher so die kleine, agile Torhüterin. Im Gegensatz zu dir, wie schon gesagt, groß und ruheausstrahlend. Kann man da trotzdem so ein paar Tipps untereinander geben? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, man kann von jedem immer lernen. Also ich finde auch, wenn man sich zum Beispiel ganz verschiedene Torhüterin anschaut und wenn man sich von jedem so ein bisschen was abschaut, in Anführungsstrichen, kann man da auf jeden Fall immer einen Schritt nach vorne machen. Auf irgendeinem, ab einem gewissen Niveau, auf dem wir beide halt sind, finde ich, kann man sich da definitiv respektieren, aber gleichzeitig halt auch gegenseitig pushen und weiterhelfen natürlich. Sehr schön. Wir wünschen ganz viel Erfolg in Nordamerika, dass alles so läuft, wie du es dir wünschst. Und dann natürlich viel Glück für die Olympia Qualifikation. Danke. Dankeschön. So, da sind wir wieder nach dem Interview mit Sandra Abstreiter. Und auch da können wir sagen, super sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn sie dir widersprochen hat mit dem Verwaltungsmodus, aber ist natürlich klar, also wenn man da auf dem Eis steht, wir reden da ganz leicht von der Presse-Tribüne aus, aber auf dem Eis schaut es ja, da beißen wir nochmal ein bisschen anders aus. Ja, natürlich. Und wie gesagt, es war auch nicht der Klassische. Sie sind nicht im wahnsinnigen Überdruck gefallen. Gestern war es da enger zum Ende hin. Aber man sagt ja auf Englisch immer so schön, all smiles. Sie hat von vorn bis hinten gestrahlt. Man hat ihr die Freude über den Turniersieg angemerkt, auch nach dem Spiel. Die Spielerinnen sind zwei Runden gelaufen und haben La Ola mit allen Tribünen gemacht. Die haben das richtig aufgesaugt. Und das ist einfach so ein emotionales Highlight, wenn du einfach siehst, wie sich noch jemand so freuen kann. Also das siehst du halt bei den Herren maximal, wenn halt noch jemand Meister wird oder halt irgendwie ein unmögliches Spiel vielleicht noch gedreht wird oder so. Aber diese unbegrenzte Freude war einfach wieder zu spüren und unheimlich schön anzuschauen. Auch wenn ich beim Interview wieder einen kleinen Fauxpas drin habe, dass die Ungarn gestern gegen die Slowaken verloren haben. Das waren natürlich die Franzosen. Da die Korrektur. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit den Männer- und Frauenturnieren. Und in der einen Gruppe sind die dabei und in der anderen Gruppe sind die dabei. Aber es soll keine Ausrede sein. Aber hat ja vom Inhalt her nichts geändert. Das ist genau so. Die Ungarn haben bis zum Ende gekämpft, haben auch wirklich gutes Eishockey gespielt, muss ich sagen. Sie waren für mich in allen Belangen unterlegen, aber nicht heillos. Sie waren dran und ja, lass Pech haben in dem Spiel und vorne nicht so viel reinfallen. Also für mich hat Deutschland auch noch mehr machen können, muss man auch fairer halb sagen. Aber so ein Spiel gegen so eine Mannschaft kannst du auch mal verlieren, wenn es blöd läuft. Ja, vor allem, du hattest es ja, glaube ich, im Interview auch angesprochen. Die Strafen, die da teilweise gezogen worden sind, die passiert sind, das hätte schon dann auch noch mal anders ausgehen können. Aber hat dann auch irgendwie so insgesamt auch das Team gestärkt. Und weil du gerade so von dieser Freude gesprochen hast, ich habe, als dann die letzten Sekunden so runtergezählt wurden, ich glaube, wir haben beide auch auf Sandra Abstreiter geguckt. Als Goalie ist es halt auch immer so irgendwie, ja, da hat man halt irgendwie so ein besonderes Auge auch drauf. Also auch, weil wir sie ja danach im Interview hatten, aber schon kurz vor Ende so ein bisschen vorgeskatet und halt so richtig gefreut. Also es ist halt einfach, es war einfach toll und es ist ein absolut verdienter Turniersieg. Ja, absolut. Und du hast dann auch, ich fand das ein ganz nettes Bild, die Männer sind da dann drangekommen und die Damen haben sich dann umgezogen und hatten alle einen riesen Pizzakarton in der Hand und haben sich auf die Tribüne gesetzt und haben genüsslich Pizza gegessen. Und dadurch, dass die lange Unterbrechung war, da war eigentlich irgendwie gefühlt, ohne dass das groß irgendwie da rumgehüpft wurde oder so, aber da war einfach Party auf der Tribüne. Die haben alle gelacht, die hatten alle Spaß, und sie haben nebenbei gegessen. Das war auch irgendwie lustig und nett anzuschauen. Ja, also insgesamt. Hätten auch gern Pizza gehabt. Ja, wir waren ein bisschen neidisch, gell? Ja, ein bisschen. Hat gut ausgesehen. Ja, aber wie gesagt, absolut verdienter Gewinn der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, der Damen und ja auch von unserer Seite natürlich, haben wir noch gar nicht gesagt, Glückwunsch natürlich. Absolut. Hoffentlich können sie das beibehalten für das Olympia-Turnier im Februar in Bremerhaven. Ja. Weil da spielt Ungarn auch wieder mit. Das war schon eine Machtdemonstration und daran denkt Ungarn hoffentlich. Und ja, das kann schon eine gute Standortbestimmung jetzt gewesen sein. Ja, wird spannend, aber ich denke, also nach den Leistungen, die wir gesehen haben, absolut gute Chancen. Ja, absolut. Und da werden ja auch dann wieder alle Top-Spieler auch dann noch mitspielen. Nicht abwerten den anderen gegenüber, die jetzt gespielt haben, aber da haben ja doch ein oder andere noch gefehlt. Und ich finde es sehr positiv, dass Sandra Abstreiter auch sagt, hey, das ist ein Highlight. Da bin ich da. Ja, absolut. Dann gehen wir zum letzten Spiel des Tages, das um 18 Uhr angefangen hat. Deutschland gegen Slowakei. Wollen wir sagen, die letzten zwei Spiele. Wow. Ja, ihr seht schon oder ihr hört schon, ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also ihr habt den Deutschlandcup ja sicherlich auch angeguckt und werdet das mitbekommen haben. Ich glaube, es waren fünf Minuten gespielt. Nein, nein, es war gar nicht so viel. Es waren vier Minuten? Also es war 18.05 Uhr, glaube ich. Es waren nur Sekunden gespielt. Ach stimmt, ja. Ja, aber es war 18.05 Uhr. So rum war es, genau, weil ich nur auf die Uhr geguckt habe. Es stimmt, es waren doch so 20 Sekunden oder so gespielt. Ja, irgendwie sowas. Und plötzlich hieß es, ja, Spiel unterbrechen. Ich habe erst mal gar nicht gepeilt, worum. Ja, nee, die haben abgepfiffen und ich dachte, ja, sechs Mann können es jetzt nicht sein, weil sonst war ja auch kaum Körperkontakt besetzt da. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich vorher gesagt habe, nachdem das Spiel gestern 19.30 Uhr angefangen hat, wie gesagt, erst so um 1 Uhr dann fertig waren hier, habe ich gesagt, oh, 18 Uhr Anpfiff, dann kommen wir heute früher ins Bett. Ja. Sowas darf man halt nicht sagen. Nein, 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 das darf man nicht sagen. Denn es waren dann, ich meine, 55 Minuten Unterbrechung. Eismeister waren auf dem Eis, alle möglichen Leute haben versucht, dieses Eis irgendwie wieder hinzubekommen. Man muss ja auch natürlich sagen, natürlich ist es nicht gut angekommen, aber die Sicherheit der Spieler ist natürlich erster Stelle zu nennen. Und man hat dann, meine ich, bei den Kollegen von Magenta auch ganz gut gesehen, um was es für Lücken im Eis sich gehandelt hat. Und wenn man sich das genau angeschaut hat, also das kann ich schon verstehen, dass man da wirklich super vorsichtig ist. Ja, da muss ich auch sagen, fand ich die Reaktion von manchen Fans nicht cool. Darin so zu pfeifen, schwierig, aber finde ich jetzt nicht schlimm, aber dann Becher aufs Eis zu werfen. Ach, war das so? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, es sind zwei, drei Becher geflogen, nicht viele, aber sorry. Also ist es gerade wichtiger, dass du einen Eishockey-Spieler ziehst und sofort? Oder ob sich jemand eventuell das Kreuzband reißt oder irgendwas im Knie. Weil bei diesen Löchern, da bleibt jemand mit der Kufe hängen und des Knies hin. Ja, also wie gesagt, vollkommen verständlich. Und wenn das Spiel dann nicht hätte stattfinden können, deswegen, dann wäre es halt so gewesen. Ja, also klar hat es uns auch genervt. Also wir hatten eben uns auch schon ein bisschen früher Freierabend gefreut, aber ich finde es schön, man hat das Spiel trotzdem durchgezogen. Es hätte auch ehrlich gesagt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten geben. Morgen 11.30 Uhr geht es weiter. Morgen 8 Uhr, Beginn. Ja. Da früh frühstücken müssen. Ja, also 11.30 Uhr geht es weiter, aber deswegen, man hätte es ja auch nicht nachholen können, das Spiel. Ich glaube, wenn es ein Einzelspiel gewesen wäre, dann wäre es dort abgebrochen worden. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Aber es ging dann irgendwann los und nach dem ersten Drittel stand es 0 zu 1 für die Slowakei. Und ich weiß gar nicht mehr, war dann die zweite Unterbrechung schon wieder im zweiten Drittel, ne? Das war wieder gleich am Anfang vom zweiten Drittel. Die hat auch noch mal eine halbe Stunde dazu gedauert. Ja. Da waren wir unsere eineinhalb Stunden dann dahin. Und man muss immer sagen, irgendwie hatte ich das Gefühl, die Slowaken sind besser damit umgegangen, mit den Unterbrechungen. Ich weiß auch nicht, ich habe mit, danach im Interview habe ich es ja auch angesprochen, es war ein bisschen schwer in Worte zu fassen, weil es ist ja für beide Mannschaften die Bedingung. Ja. Da hat er eigentlich de facto erstmal keinen Vorteil. Aber es gibt natürlich immer eine Mannschaft, die das irgendwie besser transportieren kann. Diese Galligkeit, diese Motivation, die Konzentration. Und da hatte ich wirklich auch, wenn die Tore nicht immer gleich am Anfang gefallen sind, hatte ich das Gefühl, da waren die Slowaken schneller wieder auf Betriebstemperatur. Ja. Ja, ihr hört schon, das Spiel ist dann 2 zu 6 ausgegangen für die Slowakei, auch verdient. Es ist natürlich schon schwierig, als Spieler, betrifft, hast du ja gesagt, beide Teams gleichermaßen, nach solchen zwei Unterbrechungen wieder richtig ins Spiel reinzukommen. Dennoch waren die Slowaken, wie du gesagt hast, einfach irgendwie schneller, bissiger, haben die besseren Kombinationen drauf gehabt. Ja. Und die Schiris auf jeder Seite. Ich sage mal so, es gab die ein oder andere diskutable Entscheidung. Was mich geärgert hat, generell, dass man sich sehr wenig auf dem Video angeschaut hat. Ja, das stimmt. Ich weiß, es ist die Regel da, wenn man etwas nicht sieht, können sich zu viert besprechen, wenn man etwas nicht sieht und keiner es gesehen hat, dann darf man es auch nicht auf dem Video anschauen. Aber, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass das auch in der Liga und woanders, dann hat halt einer was gesehen. Und, wenn man, es ist immer eine Hätte, Hätte, wenn und aber, also, aber im ersten Drittel gab es einen ganz klaren Checking im Kopf. Ja, wir haben es ja auf dem Handy angeschaut. Auch da nochmal. Und der Schiedsrichter steht zwei Meter daneben und hat perfekten Winkel und schaut auch dorthin. Das Problem, er hat Angst vor dem Puck und bringt sich schon so ein bisschen in Schutzhaltung und ich glaube, das hat ihn dann beeinträchtigt. Der Spieler, der diesen Checking im Kopf auszahlt, was sein Spielende gewesen wäre, wir fünf Minuten Überzahl gehabt hatten, hat am Ende zwei Tore und eine Vorlage geliefert. Das ist halt ein echt übler Beigeschmack. Und dann gab es einige Strafen, wo ich sage, wie viel darf denn der noch? So dieses typische Ausboxen in Anführungsstrichen vom Tor. Der Daniel Pfaffengut kriegt also fünf bis zehn Schläge da rein auf die Schlittschuhe, in den Nacken rein, in die Hüfte rein und die schauen zu und davor einmal der Läubel fährt einmal hin, wischt dem anderen über das Gesicht, zack, zwei Minuten. Das waren innerhalb von drei Minuten Spielgeschehen und da sage ich also, das war, hat sich so das ganze Spiel gezogen. Sie hatten kein glücklicher Zähnchen. Also wer uns kennt, wir wollen keine Schiedsrichter-Schelter auszahlen, weil das sind Menschen. Nee, überhaupt nicht. Ist ja auch Kritik einfach. Es ist ja auch sachliche Kritik, genau. Das würden wir bei den Spielern genauso machen. Tun wir auch. Genau. Und das Spiel ist eh für mich zwei Tore höher ausgefallen, als es war. Ja. Das war enger, das Spiel. Und für mich, klar, die Schiedsrichter haben den Slowaken da schon ordentlich in die Karten gespielt. Ja, aber fandest du jetzt, wenn man jetzt auf Spielerische schaut, dass die Slowaken nicht auch besser waren? Ja, weil sie das Momentum hatten. Okay. Ich fand, es war ein beidseitig sehr hart geführtes Spiel. Das stimmt, ja. Mit vielen Nicklichkeiten, da hat sich keiner was gegeben. Und dadurch war das Spiel sehr zerfahren. Spielfluss ist nie richtig aufgekommen, aber die Slowaken hatten halt immer irgendwie das Momentum, vielleicht auch durch die Führung. Und da sage ich halt immer, das ist halt so diese Sache, das ist so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl. Klar, die Regel wurde wahrscheinlich dadurch, dass anscheinend keiner was gesehen hat, richtig ausgelegt. Ja. Aber das ist halt Momentumsgeber. Du hast ja gerade schon einen Ausweg aus dieser Regel beschrieben. Ja, also, wenn das immer so wäre, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber ich weiß halt eigentlich, dass man das nicht immer so macht. Und dann auch so Tore Reviewen, wo man einfach auf dem Spielfeld Tor zeigt, dann sich zusammenstellt, dann kein Tor mehr sagt und sich aber das nicht anschaut. Also, wenn ich mich umentscheide. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Warum schaue ich es mir nicht an? Also, das wäre in der DEL eine klassische Video Review Situation gewesen. Und haben sie auch viel in dem Turnier gemacht? Ja, das ist ja auch so was. Also, ich meine, wir sind ja da wirklich auch große Fans vom Video Beweis, können wir auch ganz offen sagen, haben wir auch schon oft gesagt, dass man dieses Instrument dann nicht nutzt und genau in solchen Situationen auch. Also, bei dem Tor, das du gerade angesprochen hast, da haben wir ja auch ganz klar gesagt, hey, also, das wird hundertprozentig angeschaut. Ja. Dann wird es nicht angeschaut, wird begründet. Ich meine, das finde ich ja jetzt prinzipiell gut, dass es diese Entwicklung gibt, ja auch in der DEL, dass die Schiedsrichter sich hinstellen, um das Ganze zu begründen. Das finde ich sehr gut, aber in der Situation gebe ich dir recht, das hätten sie sich einfach anschauen können. Ja. Vielleicht sogar anschauen müssen. Ja, generell muss man aber sagen, dass die deutsche Mannschaft eigentlich alles hatte, um die Slowaken heute zu schlagen. Mhm. Sie haben es aber nicht aufs Eis gebracht. So, die besten Spieler war für mich und der wurde auch zum besten Spieler des Spiels genannt, das war Luis Schinko. Mhm. War sehr, sehr auffällig. Es waren noch ein paar andere sehr auffällig, die aber sich halt einfach unheimlich viel in diese Nicklichkeiten ziehen haben lassen mit Schmölz, Pfaffengut. Preto hatte auch immer wieder so seine Dinger. Philipp Kraus war sehr nicklich auch. Ich glaube, sie haben sich da einfach ein bisschen selber aus dem Konzept bringen lassen und das können die Slowaken halt und das weiß man von ihnen. Es ging ja heute dann mehr oder weniger um nichts. Vielleicht ist da die Lernkurve doch dann sehr wertvoll für die nächsten Spiele. Ja, genau. Ja, Luis Schinko hätte ich auch genannt und Daniel Schmölz hat ja bisher eine richtig gute Saison beim ERC Ingolstadt. Ja, das Tor von Luis Schinko fand ich irgendwie sehr bezeichnet, weil es ja so richtig so ein erarbeitetes Tor war. Es war jetzt ja nicht schön schnörkelig gespielt, sondern das war reingearbeitet und manchmal muss es Eishockey auch so aussehen. Ja, war eigentlich ein typisches Schmölz-Tor. Ja, ja, absolut, absolut. Deswegen, ja, du hast schon herausgehoben. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen ins Interview. Das hast du diesmal noch nicht gespoilert, oder? Habe ich das jetzt vernommen? Ich glaube, habe es versucht. Perfekt, perfekt. Wir haben ein Interview mit Colin Ukbekele und da hören wir jetzt rein. Nach dem Spiel Deutschland gegen Slowakei im Deutschlandcup leider eine Niederlage. die etwas höher ausgefallen ist, als der Unterschied zwischen euch beiden war, oder? Auf jeden Fall, ja, ich sehe es auch so, aber man muss den Slowaken auf jeden Fall den Punkt geben, dass sie echt ein gutes Solises Spiel gespielt haben. Über 60 Minuten haben die wirklich aggressiv, hart gespielt, haben es nicht einfach gemacht und ja, also ich denke, es gibt einiges, was wir daraus ziehen können aus diesem Spiel. Wir hatten auch unsere Phasen, wo wir gut waren, aber allen in allem waren die über 60 Minuten das bessere Team und ja, da muss man es dann auch denen einfach nachheben. Ja, bisschen eine Standardfrage, aber man muss es natürlich fragen, weil die Unterbrüche waren schon sehr lange heute aufgrund der Eisprobleme. Spielt es da mit? Ich meine, es ist auch für beide da, aber wie geht ihr damit um, dass ihr dann heiß bleibt sozusagen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man macht sich warm und wartet dann eine halbe, dreiviertel Stunde oder muss sich wieder warm machen oder das gleiche im zweiten Drittel nochmal. Wir haben ja wirklich insgesamt bestimmt eineinhalb Stunden gewartet. Das geht natürlich dann auch in den Körper und wir hatten ja auch vorgestern schon ein Spiel, hatten viele Trainingseinheiten und da muss man natürlich zusehen, dass man ready und warm ist und sowas wirft einen natürlich ein bisschen aus der Bahn, aber wie du schon sagst, das ist keine Ausrede jetzt für das Spiel. Die Slobaken hatten genau die gleichen Bedingungen, von daher ist das keine Ausrede, aber trotzdem hat sie uns das natürlich nicht einfacher gemacht. Ja, es ist immer ein Unterschied. Manchmal ist es einfach so, dass man dann einen Hänger hat am Anfang. Weiß man, was die Probleme waren? Ja, ich denke, wir haben ab und zu mal die Scheibe zu lange gehalten, hätten ein bisschen schneller spielen müssen gegen so ein aggressives Fortcheck von den Slowaken. Die waren wirklich schnell mit den Schlägern und überall da und da hätten wir ein bisschen schneller reagieren müssen. Ich glaube, der Unterschied zwischen Dänemark und Slowakei war ziemlich groß vom Spielstil und ja, ich meine, wir hatten jetzt nicht sehr viel Zeit, uns auf die Slowaken darauf einzustellen, aber ich denke, für die Zukunft muss man wissen, dass Teams wie die Slowakei oder auch die Tschechen, die spielen sehr ähnlich, da muss man die Scheibe wirklich sehr, sehr schnell bewegen. Man muss sich supporten überall extrem schnell zurück zu den Scheiben laufen, dass man dann deren Fortcheck schlagen kann. Ja, cool. Generell war ein hart umkämpftes Spiel, also auch viele Nählichkeiten mit drin. Gefällt dir das Eishockey so oder sagst du, ich spiele lieber ein schönes Eishockey mit Erfolg dann eventuell auch? Ja, also ich meine, Eishockey ist ein harter Sport und das kriegt einen natürlich schnell ins Spiel rein. Die Slowaken sind dafür bekannt, sehr hart zu spielen und das haben sie heute auch wieder gemacht und ja, wir haben es versucht zu matchen und zurück zu pushen und ja, bei Zeiten ist uns das gut gelungen, aber ich glaube, dass wir da auch noch ein bisschen härter hätten spielen können, vielleicht, dass wir die Slowaken auch ein bisschen einschüchtern können, aber ja, das ist ein Teil vom Eishockey. Ja, Schweiger, Preto, Senhen, Kraus, junge Spieler, wie haben sie sich eingefügt ins Team? Super, das sind coole Jungs, ja, ich denke, die fühlen sich wohl, wir sind auch eine Mannschaft, die sehr herzlich ist, sehr willkommen ist und ja, jeder wird hier nicht vom Alter irgendwie gejudged oder sonst was, sondern jeder ist ein Teil vom Team und ich glaube, die Jungs haben eine Menge Spaß, weil wir alle haben eine Menge Spaß zusammen und ja, ich hoffe, dass sie hier, insbesondere das Schweiger und Preto, glaube ich, war deren Debüt jetzt hier, ja, hoffe ich, dass sie das genießen konnten. Wer von Isilon hätte denn verdient, mal ein Debüt zu geben oder wieder dabei zu sein? Ja, ich denke, die deutschen Jungs, die wir da haben, so Taro, der Hussi, das sind auf jeden Fall gute Jungs, der Ziegler macht auch eine super, super Saison gerade, das sind alles Jungs, von denen ich sehr, sehr viel halte, aber die anderen auch, wir haben auch ein paar sehr junge Jungs, die ich denke, in den nächsten Jahren auf dem Radar sein werden, aber ja, die werden ihren Weg schon gehen. Ja, zum Abschluss, was erwartest du von Österreich morgen? Ja, ich denke, auch ein hart und kämpftes Spiel, ja, Österreich, Deutschland ist ja immer ein bekanntes Derby sozusagen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und dann schauen wir mal. Super, vielen Dank dir. Das war das Interview mit Colin und ja, wie du auch schon vorher gesagt hast, hast du ja auch einige Fragen gestellt bezüglich auch des Spiels und auch, wie sie damit umgegangen sind mit den vielen Unterbrechungen und es ist halt schwierig, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Auch da wieder absolut lockerer Typ, trotz frustrierender Niederlage, also man hat bei vielen Spielern wirklich den Frust im Gesicht angesehen, sehr professionell und einfach locker, flockig, analysiert, gute Analyse, finde ich, absolut reflektiert und auch ein absolut sympathischer Gesprächspartner. Absolut, absolut. Dann blicken wir auf den Spieltag morgen und da geht es auch schon wieder früh los, nämlich um 11.30 Uhr mit der Partie Dänemark gegen Slowakei und um 15 Uhr dann das Spiel Deutschland gegen Österreich. Wir werden auch wieder bei beiden Partien vor Ort sein. Was erwarten wir denn von den beiden Partien? Vielleicht zuerst mal Dänemark, Slowakei? Technisch gutes Eishockey definitiv. Ja, da prallen für mich aber zwei Spielsysteme aufeinander. Die Dänen spielen schnell nach vorne, generell schnelle Pässe, kaum Puck halten, können vorne auch giftig sein, aber das ist nicht ihr Spiel. Die setzen voll auf die Geschwindigkeit und die Slowaken halten den Puck viel länger, gehen viel mehr zum Körper, versuchen unter die Haut zu kommen und spielen viel wuchtiger. Und das wird interessant, weil einmal, man sagt der Geschwindigkeit, du musst halt, um wuchtig zu spielen, musst du erst mal rankommen. Das kann immer der Fakt sein. Wenn sie aber nicht schnell genug sind und das wird zu sehen sein, weil die Spieler stecken jetzt auch in den Knochen drin, dann bist du in so einem Spiel oft stark unterlegen, weil die anderen dich halt einfach wegschieben. Und da bin ich gespannt. Ich tippe mal tatsächlich, dass die Slowakei sich da vielleicht sogar wieder relativ klar durchsetzt. Ja, und wer dann noch automatisch Turniersieger? Korrekt, ja. Ist das Finale sogar, oder? Wie haben die Dänen das zweite Spiel gespielt? Ähm, guck mal kurz rein. Ja, gegen Deutschland im, ah nee, das war das erste Spiel. Das war das erste Spiel haben sie nach Shootout gewonnen. Ja, gegen Österreich 3-2 verloren. Ah, ach ja, klar. Ja. das war, wow, ihr merkt, es sind langsam spät und es sind viele Spiele, ja. Ähm, ja. Genau. Dann machen Dänemark und Österreich morgen den zweiten Platz aus und Deutschland ist, ja, kämpft um den letzten, um den vorletzten Platz noch, wenn sie gegen Österreich gewinnen haben, beide drei Punkte. Ja, auch das Spiel wird auch sehr interessant, wir haben sie auch gerade vorher schon ein bisschen im Interview gehört, auch da, also, es sind alles interessante Spiele, aber da, weil wir ja Österreicher heute auch gesehen haben und da sehr angetan waren, ob der Spielweise auch. Ja, ohne Peter Schneider, ohne Thomas Raffel im Tor mit jungen Torhütern heute von den Vienna Capitals. Mhm. Vielleicht kriegt Vorau morgen vom KRC sein Spiel, stand zwar heute bei Flash Squad als Torwart drin, der war aber nicht im Tor. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die Österreicher das morgen machen. Die haben mich heute schon beeindruckt, die Geschwindigkeit war unheimlich stark, sie haben richtig gut zusammengespielt und ich glaube, Ali Vukovic hat es auch gesagt, sie finden gut zusammen, die spielen gut und Deutschland muss da schon eine Schippe drauflegen. Mhm. Klar, die müssen schauen, dass sie sich nicht anstecken lassen wieder von irgendwelchen Schamützeln. Ähm, ich denke mal, dass Andi Eder und Maxi Kassner morgen wieder spielen. Ja. Dafür werden zwei andere wahrscheinlich sitzen und ja, also es wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel, aber ich, mein Favorit, mein leichter Favorit ist tatsächlich Österreich da morgen. Ja, ich glaube, und jetzt kommen wir wieder in Eishockey-Floskel rein, die deutsche Mannschaft wird morgen eine Reaktion zeigen. Eine Turniermannschaft. Leider ist das Turnier nach dem Spiel zu Ende. Das ist wieder, ja, wie gesagt, wir sollten langsam mal irgendwie so ein Phrasenschwein aufstellen. Nee, ich tippe morgen auf Deutschland. Also, wir haben ja schon ein paar Ansätze gesehen und es sind immer besondere Partien auch zwischen den beiden Teams, muss man sagen. Auf jeden Fall. Aber insgesamt bleibt auf jeden Fall stehen, dass es für uns ein schönes Turnier ist, dabei zu sein, auch darüber zu sprechen. Morgen werdet ihr dann einen Abschluss-Podcast von uns hören. Ja, wollen wir noch was insgesamt zu dem Tag sagen? Wieder, es ist viel Hockey, es sind viele Spiele, ihr merkt es schon, es sind viele Spiele, Lehrspielerinnen. Das alles so irgendwie, ja, geordnet in den Podcast reinzubringen, ist schon schwierig tatsächlich, aber das machen wir natürlich gerne für euch. Ja, was bleibt von dem Tag 2 für Bulli beim Deutschlandcup? Es ist weiter ein absolut familiäres Umfeld. auch am zweiten Tag, man trifft ständig Leute, die man ewig nicht mehr gesehen hat und überall ist einfach ein Grinsen, wenn man sich sieht, man hat tolle Gespräche, sei es Fans, sei es ehemalige offizielle Schiedsrichter, Linesmen, Linesperson, Moderatoren, Offizielle von der DEB und ehemalige Gäste vom Bulli-Podcast, das ist ja wirklich ohne Ende. Unfassbar, man muss das ja vielleicht auch mal rausstellen, ich meine, wollen uns ja jetzt hier überhaupt nicht loben, aber wenn wir jetzt da einfach mal in die Halle schauen, wie viele Leute bei uns da schon zu Gast waren, mit denen wir gesprochen haben, das ist halt immer cool, auch nach einer gewissen Zeit, auch wirklich Leute wiederzutreffen, wie Bernadette Kaff zum Beispiel, ich glaube 2021 war sie bei uns und da haben wir ja auch gestern ganz kurz mit ihr gesprochen, ist wirklich super. Ja, absolut. Ronja Jenike hätte ich noch mal gerne gesehen, weil die würde ich richtig gerne mal zum Podcast einladen, ich finde sie macht eine super Arbeit, ist jetzt auch Sportreferentin beim DEB, vielleicht kriegen wir die mal zum DFIL-Podcast mit rein, dass, ich denke mal, unsere beiden Mädels kennen sie auch persönlich, ich glaube das kann eine ganz tolle Atmosphäre werden und sonst reden wir auf jeden Fall noch mal mit Bernadette Karpf, haben wir auch schon gesagt, die hat uns auch mehr oder weniger schon zugesagt und auch Sandra Abstreiter hat gesagt, sie würde auch noch mal kommen, auch schon bei uns im Podcast, eben diesen Januar und die würde auch noch mal kommen für die PWHL, wenn sie dort wieder ist oder nach dem Olympia-Quali-Turnier, bis sie Feedback gibt, es ist wirklich, also das ist halt diese Eishockey-Bubble, es gibt keinen, der irgendwie neidet oder irgendwie Abneigung oder ein blödes Getuschel oder irgendwas, du gehst hin, das sind alle nett und freundlich, auch wenn man sie nicht kennt, hat man einfach mal einen lockeren Spruch auf den Lippen und überall, wo wir hingehen und sagen, hey, hättest du Bock auf ein Interview? Ja klar, wann machen wir es? Wo gehen wir hin? Sagst du, hättest du Bock mal bei uns im Podcast eine Folge mit aufnehmen oder mal wieder? Ja. Auch sofort, also wir haben nicht ein Nein gehört in diesen zwei Tagen. Ja, absolut und das ist, das ist einfach, das ist einfach eine tolle Community, eine tolle Bubble, aber da werden wir dann morgen im Abschluss dann nochmal sicherlich drauf eingehen, wieso generell die Atmosphäre war, ja, kurzer Spoiler, das, die war auch gut und ist auch gut, aber morgen dann nochmal nach dem Abschluss dann der Podcast. Genau, so und jetzt sind wir natürlich schon wieder, gut, das waren drei Spiele, die wir besprochen haben, ist klar, dass das ein bisschen länger dauert und auch die Interviews, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt, wenn ihr die Interviews sehen wollt, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok als auch bei YouTube alles zu sehen, kommt alles nach und nach, also da ein bisschen Geduld, denn wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt, ja, auch schon wieder 20 nach 11, dass wir den Podcast direkt rausbringen für euch, dass ihr dann morgen bestens vorbereitet seid, liken, teilen, nicht vergessen, folgt uns auf unseren Socials, abonniert uns da und auch unseren Podcast und dann hören wir uns morgen wieder mit Bulli beim Deutschland Cup Tag 3 mit Stefan und mir, also bis dann. Bis dann. Bis dann. Bye. eno